Harkas Aufmerksamkeit richtete sich auf die Verwüstung, die der Sturm auch an den Flußufern angerichtet hatte. Das elastische Weidengesträuch war unversehrt geblieben, aber zwei junge Bäume, die sich auf Schwemmland angesiedelt hatten, waren entwurzelt und das Wasser sammelte sich in der aufgerissenen Erde. An dieser Stelle blinkte etwas. Harka fiel es auf, und da er Zeit hatte, ritt er hin, um zu prüfen, was denn hier die milchig-blassen Sonnenstrahlen fing und zurückwarf. Er schaute vom Pferd herunter auf den ungewöhnlich glänzenden Gegenstand. Es schien ein kleiner Kiesel zu sein, aber er schimmerte gelbrötlich, viel schöner als jeder andere, und Harka glitt von dem Pferd, das er sattellos ritt, und bückte sich, um den Fund näher zu betrachten. Es schien wirklich nichts weiter zu sein als ein ungewöhnlicher Stein, den das Wasser früher einmal mitgeführt, dann mit Sand und Erde bedeckt hatte, und der jetzt unter den aufgerissenen Wurzeln wieder zutage gekommen war. Harka wog ihn in der Hand und steckte ihn dann in einen Beutel am Gürtel, um ihn als Erinnerung mitzunehmen. Von dem Wert und der Bedeutung eines seines Fundes hatte er noch keine Ahnung. Der Wanderzug näherte sich der Furt wie eine lange Schlange und gewann nach Überwindung einiger Hindernisse im Wald die freie Prärie. Der starke Wind wehte von Nordosten, die Mähne der Pferde, die Haare der Jungen flatterten. Von Südosten her schien die Sonne, der man entgegenreiten musste. Sie blendete in den Augen. Alle blinzelten und spähten in die große Weite des Graslandes hinaus. Am ersten Tag bewegte sich der Zug noch durch das allen bekannte Gelände. Vom Dorf aus hatte man oft Streifzüge in die welligen Wiesen unternommen, um nach Büffelherden Ausschau zu halten. An diesem ersten Tage konnte auch kaum eine Gefahr drohen, denn der Zug befand sich noch in den Jagdgründen, die unbestrittenes Revier der mächtigen Dakota-Stämme waren. Das Wetter hellte sich gegen Mittag zusehends auf. Die milchige Atmosphäre wurde kristallklar, und der Nordostwind milderte sich zu einem Luftzug, der mit den vergelbten, nassen Gräsern spielte. Haka bedauerte, dass die Präriehunde, diese kleinen Nagetiere, klug genug waren, um immer rechtzeitig in ihren Erdlöchern zu verschwinden, wenn der Wanderzug sich ihrem Bau näherte. Er kam nicht dazu, den Pfeil auf sie anzulegen. Die Kinder in den Rutschen ärgerten sich, dass die langen Schweife der Pferde ihnen immer wieder über das Gesicht schlugen. Mit dumpfem Geräusch schliefen die vielen unbeschlagenen Hufe über das Grasland. Eine breite Pferde, Tage, ja wochenlang lesbar, blieb hinter dem Wanderzug zurück. Hin und wieder dachte Haka noch an die Höhle am Waldhang, die nun schon weit hinter den Wandernden zurückgeblieben war. Niemand im Wanderzug konnte wissen oder auch nur ahnen, was jetzt bei der Höhle und im Walde vorging. Die Bärenbande wanderte bis zum Abend. Da sich der Aufbruch am Morgen durch den Sturm verzögert hatte, war man bis Sonnenuntergang nicht mehr als 35 Kilometer vorangekommen. Die Krieger wählten einen möglichst praktischen Rastplatz. Rechterhand erstreckte sich eine Bodenwelle, deren Hang sich zu einem Gewässer hin abflachte. Von der sich leicht zu dem Gewässer neigenden Wiese hatte die Feuchtigkeit bereits abzusickern begonnen, sodass man die Zelte nicht auf allzu nassen Boden aufschlagen brauchte. Der kleine Präriebach löschte den Durst von Mensch und Tier. Holz war nicht vorhanden. Man sah davon ab, Feuer zu machen. Nur der ausgehöhlte, im Innern von einem nie verlöschenden Feuer kohlende Stamm wurde mit seiner Glut auch in dieser Nacht sorgfältig gehütet. Alte Männer hatten ihn auf der Wanderung mitgetragen. Es war seit unvordenklicher Zeit Sitte, das wertvolle Feuer, das fast wie ein Heiligtum gehalten wurde, auf diese mühsame Weise mitzuführen. Die Rutschen wurden abgehängt und die Zelte aufgeschlagen. Wie die anderen, so schlug auch die Witwe des Weißen Büffels das gewohnte Zelt auf. Es war noch nicht darüber entschieden, welcher Familie sie mit ihrem Sohn zu Schutz und Nahrung zugeteilt werden sollte. Alle Menschen waren müde und schliefen nach einem kleinen Imbiss in ihren Decken schnell ein. Die Pferde knabberten noch an halb verfaultem Wintergras und suchten die ersten grünen Spitzen, die aus dem Boden kamen. Die Hundemeute hatte sich friedlich zusammengefunden. Die Tiere lagen dicht beieinander, einer wärmte den anderen. Der Himmel blieb klar, und obgleich der Wind sich gelegt hatte, war es in der Nacht bitterkalt. Einem großen Meere gleich lief die Prärie in Wellen bis zum fernen Horizont. Die Stunden vergingen. Es war schon weit nach Mitternacht, als Harker auffuhr. Ein heller, durchdringender Ruf hatte ihn geweckt. Der Kriegsruf war es nicht gewesen. Den Kriegsruf kannte jedes Kind im Traume und im Schlafe. So oft wurde das schnelle Erwachen auf diesen Ruf hin das Aufspringen zu den Waffengreifen geübt. Der Kriegsruf war es also nicht gewesen, aber ein Warnruf. Harker trug wie der Vater das Messer in der Scheide an einer Schnur um den Hals. Er hatte die Waffe heute in der Nacht nicht abgelegt. Bogen und Pfeile hatte er sich neben das Lager geordnet, und als er jetzt aufsprang, hielt er sie auch schon in der Hand. Draußen war Unruhe. Die Hunde jaulten zornig und ängstlich. Harker hörte das Gedränge und das Stampfen der Pferdeherde und lief aus dem Tipi. Matotaupas Hengst, der vor dem Zelte angepflockt war, gebärdete sich wie toll und hätte sich gerne losgerissen. »Bleib bei dem Mustang«, rief der Häuptling seinem Jungen zu, und schon war er selbst in Richtung der Bodenwelle verschwunden, zu der die Wiesen westwärts anstiegen. Eine Anzahl Männer folgte ihm. Harker erkannte Sonnenregen und einige junge Burschen darunter, und er war sehr unzufrieden, dass er zurückbleiben und das Pferd beim Zelte hüten sollte. Aber er musste gehorchen. Aus dem Verhalten der Pferde, der Hunde und der Männer schloss Harker, dass sich hungrige Wölfe herangeschlichen haben mussten. Es konnten nicht die kleinen, scheuen Kujoten sein, mit denen hätte die Hundemeute kurzen Prozess gemacht. Angst hatten die halbwilden Hunde nur vor den großen, grau-weißen Präriewölfen. Harker versuchte, den Mustang des Vaters an dem ledernden Zügel zu halten, der um den Unterkiefer des Tieres befestigt war. Aber die Aufregung des Hengstes, der sich als Leittier der Herde fühlte, war derart, dass Harker weder Pflock noch Zügel traute und sich schnell auf den Rücken des Tieres schwang, um wenigstens dabei zu sein, wenn es ausbrach, um es noch lenken zu können. Reiten lernten die Dakota-Jungen vom vierten Jahre an. Und Harker hatte bei Cetan und seinem Vater eine gute Lehre durchgemacht. Jetzt, mit elf Jahren, war er schon imstande, sich auf dem Rücken eines wild eingefangenen Tieres zu halten. Er kannte den Charakter des kräftigen und entschlossenen Mustangs, auf dem er jetzt saß, und verstand seine Regungen. Dem Tier musste zumute sein wie einem gefesselten Krieger, wenn Frauen und Kinder angegriffen wurden. Harker überlegte kurz und handelte dann kühn. Er kappte mit dem Messer die Lederschnur, die den Hengst festhielt, und ließ ihn zu der Pferdeherde galoppieren. Mit hingebungsvollem Zutrauen wurde der Hengst von den Tieren dort begrüßt. Fertig ist es, dass wir nur in der Türkei und verbrechen heute die Hengst von der Hengst von der Hengst. Soviel ist es, dass wir jetzt in der Türkei oberen, aus der Hengst von der Hengst.